Herzlich willkommen bei der Fahrschule Große Westhus. Wir sind an zwei Standorten in Münster-Nienberge und Altenberge vertreten. Es ist unser Ziel, den besten Service der Umgebung anzubieten, sowohl in Theorie- und Praxisunterricht als auch in der kompletten Rundumbetreuung. Das beginnt bei uns bereits mit der Beratung und der Anmeldung. Bei uns können Sie den Führerschein in allen Klassen absolvieren, auch regelmäßige ASF- und FES-Aufbauseminare sowie Theorie-Intensivkurse mit anschließender Prüfung zu den Ferienzeiten gehören zu unseren Leistungen. Mit fast 30-jähriger Erfahrung im Bereich Fahrstunden und theoretischem Unterricht sind wir immer auf dem neuesten Stand. Unser Fahrlehrerteam ist fachlich kompetent, vor allem aber freundlich, geduldig und offen. Auch Schüler mit Prüfungsangst sind bei uns in den besten Händen. Wir fördern Ihre Stärken und arbeiten gemeinsam an möglichen Unsicherheiten. Unser moderner Fuhrpark an Autos, Motorrädern und einem LKW bietet ideale Bedingungen für den Praxisunterricht. Moderne Fahrzeuge und unsere fortschrittlichen Ausbildungsmethoden in freundlicher und angenehmer Atmosphäre machen aus unseren Schülern sichere und vorbildliche Verkehrsteilnehmer. Das Team der Fahrschule Große Westhoes freut sich auf Sie!